ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu f1 2009 10 zu meinem let's play dazu ja wir sind jetzt sogar noch in russland an diesem rennwochenende und wir starten heute an diesem samstag ins qualifiering bis wo ich aber als qualifiering gehe möchte ich noch kurz was ändern so haben wir noch mal probieren was haben wir jetzt die motorleistung noch mal kein weiteres dings aber passt so gut dann sind wir wieder immer noch die schlechteste themen offiziell so auf jeden fall gehen wir heute rein ins qualifikations reinigen let's go wir wollen natürlich wieder eine polo und zumindest für die statistik hallo an alle formel 1 fans das qualifiering startet jeden moment gerade bereiten sich die teams darauf vor die strecke hier in sochi zu befahren wir freuen uns auf das qualifiering also stefan du bist ein eifriger beobachter der fahrer was meinst du denn wie gehen sie mit dem druck um diese eine perfekte runde jetzt abliefern zu müssen es geht nicht so sehr um den druck und wie man damit umgeht eher darum wie man sich auf risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will man balanciert das auto betreffend bremsen kurven fahren und bodenhaftung immer am absoluten limit des grips über die dauer einer gesamten runde hinweg passiert es eben leicht diese balance falsch einzuschätzen und darum ist es so schwierig eine perfekte runde zu fahren ja wir können schon mal eine runde setzen wir müssen die zwischendurch waren aber die jetzt sitzen oder später sitzen ist ja letztendlich egal wo wir mal ein setup sicherheitshalber noch mal nachladen und dann probieren wir es nochmal let's go der auftakt zum großen preis von russell mit dem qualifier zum training heute an diesem samstag also diese parallel zur echten formel 1 hier an japan also ein renn weiter zu gast da wo wir nächste woche zu gast sind aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf solche wollen das ding natürlich hier gewinnen aber es wird definitiv schwer weil auf unsere äh durch den umfang versatpten im dritten freien training was auch absolut richtig ist ähm werden wir auf jeden fall um fünf jetzt weiter enden also auf unser ergebnis dann im qualifying wir werden nochmal fünf jetzt im morgen zugerechnet aber wie gesagt das nochmal sind um zu recht das war blöd das war ein versehen es war keine absicht aber es ist verdient muss man so akzeptieren na gut gucken wir mal was wir jetzt mit der ersten runde drin haben wir sind momentan hinter Lukas Weber der momentan seine schnellste runde gefahren hat nach einem problem am motor müssen wir jetzt erstmal gucken dass wir hier eine zeit gesetzt bekommen und zwar unsere erste runde und zwar eine halbe sekunde vor dem alpha und da kommt das mit einer neuen bestzeit da sind wir jetzt schon ein bisschen der zeitdruck als gegen den alpha zu fahren mit dem mercedes oder gegen den mercedes wird schon mal eine ausnummer werden und das war eigentlich schon immer relativ stark hier in russland also ich denke mal mit einem guten start und vielleicht ein bisschen glück bei der strategie könnte das hier ordentlich ein gutes ergebnis werden kann aber auch ein absolutes disaster werden beim ziel ist es ja vielleicht doch platz 3 zumindest was die fahrer im team wm betrifft am ende aber es wird definitiv für ein hartes stück arbeit der 1 von den 3 zu schlagen red bull dann eher als ferrari und mercedes würde ich sagen aber naja es wird nochmal auf jeden fall eine hart ausgemacht singapur war definitiv ein weiter weiter rückschlag so dann hat leclerc noch meine bestzeit 35 9 die unterbieten wir aber locker so der erste satz hat schon mal gesessen also noch minimal nicht im ersten sektor vorne da sind wir noch zurück in der leclerc aber wir haben auf jeden fall eine gute zwischenzeit so wir haben kein auto auf der strecke wir haben noch sieben minuten zeit ein wenn wir auf jeden fall noch sitzen müssen so ich setze euch aber lass ich jetzt aber gerade mal ganz kurz alleine ich muss nämlich mal kurz vorhin und dann bin ich sofort schnell da ein so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020